da 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 okay verstanden you don't need to say more kurz vom boden drücken dann geht es normalerweise der jetzt wieder am anfang des levels na gut soll mir recht sein ob sehr schön hoch da hoch da mario 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 nein ich versuche nicht den back noch mal vielleicht löst es sich ja irgendwann wieder was ich nicht was ich gedrückt habe ich weiß was er von mir verlangt aber es wird schwer man noch nicht doch ihr habt nichts gesehen ihr habt nichts gesehen nein ja noch mal hallo wie kommt man da hoch die das überhaupt bin mir gerade nicht sicher ob das überhaupt funktionieren kann na noch nicht viel niedriger gehen okay nevermind da bekommt das sind gerade wenn das kritisiert ja und dann natürlich noch so nice so was dachte ich mir schon aber ich habe es irgendwie gerade nicht hinbekommen äh so du ist ja ein ganz besonderer nämlich du wirst sterben wobei eigentlich jeder sterben wird also nevermind ähm da hinten gibt es eine yoshi coin kann ich da nicht ganz aber i know what you want ne ne das klappt so nicht keine ahnung was er da will okay jump and run at its finest oh man erhöhe vielleicht nicht ganz so fein von mir aber der hack ist wirklich klasse man kann wirklich über die bugs hinweg sehen sonst würde ich ihn ja jetzt auch nicht mehr spielen ich meine die kamerasteuerung schlechter wie beim originalspiel aber mhm wahrscheinlich ist das halt eine limitation mit der viele mods leben müssen würde ich jetzt mal so sagen die haben halt nicht den original level editor so nächste ebene okay so auch geschafft ich weiß viele source oh man so ich weiß nicht wenn ich mich konzentriere dann fange ich immer mit den source an 90 sterne bisschen komplizierter aber egal 90 sterne okay mehr sterne sehe ich da aber jetzt gerade auch nicht deswegen können wir glaube ich getrost mal in die nächste höhere ebene gehen oder in die nächste tiefere ich glaube ich fange warte wo ah ich wusste doch dass da ist dass da etwas drauf ist mhm wie kommt man da hin ist die große frage vielleicht komm nein ah ein leben na gut ich will take that was solls wir gehen nochmal in die kalonisation einfach weil wir können dim 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 gut ähm welches level gehen wir denn boing shell komm ja komm ja danke wir gehen in das level einfach mal so entschieden 30 sterne äh haben wir da schon alles 8 red rocky red coins okay fine by me das level ist eigentlich ganz schön deswegen sind da wahrscheinlich sowohl 100 als auch 8 rote münzen nicht sonderlich schwer zu bekommen dazu muss man nur die augen aufhalten wie bei jedem mario dap 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 d lass mich in ruhe okay muss ich dadurch ich weiß nicht eventuell für die acht roten münzen joshicoins da brauche ich keine stampfer tage drauf zu machen die geben nur fünf erde geben nur eine münze keine fünf mal darüber ok ich hoffe da komme ich auch später wieder raus ach das ist das ding da gibt es nicht so viele münzen dass ich das sich lohnen würde da weiter zu riskieren schön dass eine palme steht damit kommt man leicht wieder zurück du bist mir auch mal gerade egal 5 5 5 ist power komisch dass er keine hallo kann ich dich nicht töten ja nur die store verdammt ok schüpp schüpp und schüpp weiß und du und komm her komm her ach sehr schön du auch ok viele rote münzen habe ich jetzt noch nicht gesammelt aber es sollte schon mal einiges sein da unten ist ein münzring den nämlich natürlich mit sehr klar dam 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 da 2 3 das war's schon ok gut dup 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 ah verdammt so zweite rote münze und jetzt muss ich wieder irgendwie aus diesem teich hier rauskommen ihr wisst ja was es da für bugs gibt oder wie schwer das manchmal ist Äh, come on Oh man So, perfekt Hoch da, bitte Wie, wie komm ich What the fuck war das Okay So Offenbar muss der hinten raus Das waren teure 10 Münzen Oder, ne, wie viel waren es Doch 10, glaube ich Bum, bada, bam, bada, bam, bada, bam Okay TF Come on Nice Was ist da unten drin Okay, ich weiß, ich bin viel zu neugierig Aber Hey, why not Right Ein, nichts Dum, dum, dum Oder so irgendwie Da hinten sind auf jeden Fall die Äh, ist auf jeden Fall der Stern der acht roten Münzen I'll take that I'll take that Äh, dauert aber noch ein bisschen, bis wir da wieder hin müssen Dum, 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 dum Okay, dann geht's mal eine Stufe höher Bam, ba, da, da Okay Okay Darauf Und Da wollte ich mal einen auf cool machen Ich glaube nicht immer ganz bei mir Okay Du wirst Nicht gleich Okay Ich dachte gerade kurz das Aufnahmprogramm wäre abgeschmiert Aber na War nur Outlook Das mir wieder gesagt hat Dass es gerade keine Hindernisverbindung hat Bom Oh man So Wow Okay Da war jetzt ein kleiner Leck drin Tut mir leid Äh Meine Programme spielen gerade verrückt Bam Fünf weitere Zum Beispiel drei rote Fehlt noch einiges Okay Da oben ist auch noch was drauf Was wichtig ist sogar Relativ wichtig So Perfekt Dann ist einer Roshikoin Das kriegen wir nicht so leicht Okay Bam Weitere Föden Okay What now What now Da hinten sind noch ein paar rote Münzen Ich gehe mal hier hoch Weil man es ja kann Aber Sieht nicht so aus Als ob hier irgendwas Wichtiges wäre Außer den Bereits eingesammelten Sternen Nö Okay Rutschpartie Sehr schön Abgefedert Ganz viele Münzen Münzen Ah Da ist noch eine Schup I see what you did there Boing So Dum 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 Übrigens wer sich fragt Wie lange ich das eigentlich noch spielen werde So lange wie ich Lust habe Wenn ich irgendwann anfange In Was ist es nicht Zwei Folgen für einen Stern zu brauchen Dann werde ich aufhören oder so Aber Vorerst Gibt es da Keine Großen Schwierigkeiten Ich brauche vielleicht mal eine Folge für einen Stern Aber das ist ja völlig okay Hoffe ich mal Weil mit Safe State geht es ja sowieso noch Okay Mit Safe State ist das sowieso noch ein bisschen einfacher Äh Wahrscheinlich sogar Sehr viel leichter Wenn man einfach das hier machen kann Was aber leider nicht immer klappt Wie kommt man da hoch So Kommt man da hoch Nice Aber wir brauchen erst noch Bäh Okay Man kann hier nicht springen Aber man kann hier hochlaufen Bitte fuck Okay Bug 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 Eine weitere Münze Eine fehlt noch Eine fehlt noch Come on Dich kann ich ja nicht töten offenbar Dich aber Boing Und Schupp Geschafft 100 Münzen Stern Und 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 Wisst ihr was jetzt kommt Ein Kommt man Das muss es werden Bam Nice Eight Rocky Red Coins Safe and Continue Und ich würde sagen Für diese Episode War es das auch schon Von mir Falls euch diese Episode gefallen hat Freue ich mich über ein Like Und über viele Kommentare von euch Und falls ihr mir Mich unterstützen wollt Und es euch sehr gefallen hat Dann könnt ihr mich gerne abonnieren Euer Headset Sniper Over and Out